Das ist not recommendable. Man hat ganz komische Phasen. Hi! Hi! Endlich! Oh man, aber genauso geduldig, wie ich jetzt auf dich warten musste, warte ich auch darauf, dass wir endlich mal wieder ein Bubble Tea trinken können. Schreib uns doch mal in die Kommentare, was das erste ist, was du machst, wenn sich die Tage wieder ein bisschen entspannt und man wieder rausgehen kann. Aber jetzt, wir haben Zeitdruck hier, ich bin schon zu spät. Letzte Woche hast du mir Fragen gestellt, jetzt bist du dran und ich stelle dir mal ein paar Fragen, die wir auf Instagram gesammelt haben. Uiuiuiuiui. So, die erste Frage, wir starten langsam rein. Was ist dein Lieblingsgetränk? Bubble Tea. Surprise! Was ist dein Lieblings Bubble Tea? Tagesformabhängig, je nachdem, ob ich Milch oder Fruit möchte. Jetzt momentan habe ich Bock auf einen Maracuja QG mit Tapioca. Das ist was, was du dir für deine Zukunft wünschst? Ja. Deswegen auch die nächste Frage. Was möchtest du auf jeden Fall noch in deinem Leben erreichen? Ich möchte in meinem Leben noch ganz viel gesehen haben. Ich möchte irgendwie an einem Punkt irgendwann ankommen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt komplett zufrieden mit meinem Job, mit dem, was ich mache. Ich kann mich kreativ ausleben, pipapo. Ich möchte mit dem Spaß am Leben nicht verlieren. Aber wie ist es denn jetzt? Was arbeitest du? Ich bin Social Media Manager und damit aktuell auch ganz glücklich. Hast du einen Glücksbringer und wenn nein, was wäre für dich ein Glücksbringer? Also ich habe jetzt nicht so direkt einen Glücksbringer. Ich habe so ein paar Gegenstände, die ich manchmal mit mir rumschleppe, aber jetzt nie so bewusst. Also ich habe so verschiedene Taschen, verschiedene Kleinigkeiten, die ich von gewissen Leuten bekommen habe. Also ich habe zum Beispiel eins, wo ich am meisten so mit dran glaube, ist, obwohl ich an sowas eigentlich gar nicht glaube, ist so ein kleiner Anhänger von meiner Mama. Den hat sie mir mal gegeben. Den hat sie auch mal geschenkt, bekommt zwei Stück und da haben wir beide einen und der soll ein bisschen auf uns aufpassen. Voll süß. Nur noch ein Nagellack. Welcher? Ich glaube... Topcoat. Nein. Ich würde eine Farbe auf jeden Fall wählen. Irgendwie eine knalligere Farbe. Ich hätte aber auch gern Glitzer. Vielleicht, aber keine farbige, kein farbigen Glitzer. Vielleicht wäre es mint, aber oder so wie mein Lippenstift. Ich würde meinen Lippenstift nehmen. So ein bisschen heller, ein bisschen mehr ins Neon gehend, ja. Richtig neutrale Farbe. Ich wollte es nicht neutral haben. Was ist denn dein Rekord im Wachsein? Uff, das war mit dir zusammen in Mailand. Wie lange waren wir da wach? Also gefühlt eine Woche. Es waren auf jeden Fall 36 Stunden oder so. Also es war lang. Lange, lang. Und dann bin ich auch nicht so richtig direkt einfach angeschlafen. Das ist not recommendable. Man hat ganz komische Phasen. Okay, ich räche mich jetzt. Das hast du mich nämlich auch letzte Woche gefragt. Was magst du gar nicht an Sunny? Beziehungsweise anders gefragt. Gibt es eine Sache, die dich an Sunny stört? Bisschen abgeflacht einfach. Was magst du gar nicht? Das vielleicht, das will ich mir selber nicht antun. Gibt es eine Sache, die dich an Sunny stört? Also nein. Also ja, doch, doch. Es gibt eine Sache. Die stört mich jetzt nicht so direkt. Ich komme damit klar. Man gewöhnt sich dran. Aber so das, was mich am meisten an Sunny stört, ist glaube ich, und du wirst mich jetzt wieder dafür hassen, dass ich sage, aber deine Pünktlichkeit und dein Zeitmanagement, die sind echt anstrengend. Also ich bin da auch nicht viel besser, aber... Meine Pünktlichkeit? Ja, genau. Du lachst zurecht. Also bei Sunny ist Zeitmanagement ganz schlimm. Und wenn man sie dann drauf hinweist, dann ist sie auch richtig sauer. Ich bin überhaupt nicht unpünktlich. Ich komme immer pünktlich. Und ich habe das zeitlich im Griff. Aber ja, wir sind beide nicht sehr gut im Zeitmanagement, aber das würde ich jetzt am ehesten sagen. Das stört mich manchmal. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Du kannst damit leben. Deswegen bin ich auf die nächste Antwort gespannt. Bubble Tea oder Sunny? Ich, also als du gesagt hast, Bubble Tea war mein erster Impuls. Scheißegal, was da jetzt kommt, das ist Bubble Tea. Dann kam da Sunny. Das war nicht so cool. Dann war es noch klarer. Dann war es noch klarer. Aber dann hatten wir schon mal so eine Diskussion und die fand ich eigentlich ganz schlau. Ich glaube, ich würde mich, auch wenn es mir sehr schwer fällt, für Sunny entscheid, aber nur, weil ich glaube, dass Sunny ein Herz für mich hat und mir dann regelmäßig Bubble Tea mitbringen würde. Oder? Würde ich ja. Dann nehme ich dich. Aber nur dann. Das ist jetzt eine sehr offene Frage. Was ist oder war dein Lieblingsereignis? Also zwei Momente würde ich da jetzt nennen, wenn das okay ist. Also ein Moment war, der war nicht besonders, aber nachhaltig. Das war, als wir uns kennengelernt haben. Das war natürlich sehr schön für mich, also was sich daraus entwickelt hat. Scheiße. Und was natürlich auch ein schöner Moment war, war, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Mit, ja, tausend andere Sachen, Konzerte und so weiter. Also das ist mega schwer, sich da jetzt irgendwie auf was festzulegen, was so das allerschönste Ereignis war. Deswegen, glaube ich, fahre ich ganz gut mit irgendwie Ereignissen, die mein Leben so ein bisschen verändert haben. Und jetzt habe ich auch noch Fragen an dich. Oh Gott. Und zwar, was willst du deinem jüngeren Ich sagen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wahrscheinlich würde ich mir sagen, halte durch. Es wird alles besser. Mach weiter so wie bisher. Aber ich glaube, eine Sache, die ich meinem jüngeren Ich sagen würde, ist, krieg deinen Arsch hoch und mach das, worauf du Bock hast. Also habe ich eh schon relativ gut gemacht. Aber gerade so Sachen wie dieses ganze YouTube-Ding oder irgendwie Social Media nochmal mehr nutzen, das hätte ich gerne früher schon angefangen, weil das auch vieles verändert nochmal. Weil es vielleicht auch ganz gut war, dass ich noch nicht zu jung angefangen habe. Und? Wenn du jetzt ein Talent haben könntest, was würdest du gerne können? Ich glaube, ich würde gerne singen können. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Das ist ein Talent, an dem ich arbeiten kann. Ich glaube, ich würde gerne richtig gut singen können. Ohne Fleiß, kein Preis. Und auch in solchen Zeiten wie gerade ist es wichtig, eine Tagesstruktur zu haben und Disziplin. Und deswegen schreibst du uns jetzt mal in die Kommentare, wann du denn so aufstehst. Was du direkt nach dem Aufstehen machen kannst, ist auf jeden Fall dir anzuschauen, wie Sunny auf meine Fragen und auf deine Fragen geantwortet hat. Was ich da nicht beantwortet habe, ist, wieso ich nackt in der Öffentlichkeit war. Aber das siehst du in Dingen, die nicht witzig sind. Und Nummer 6 wirst du nicht glauben. Tschüss, tschüss.